Auch unser Schiff brennt hier Was? Krass, nein, 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 baue es ab Ah, 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 ah What the fuck? Unser Schiff brennt Ah, ich mache unergefallen! Ah, ich mache unergefallen! Hallöchen Leute und willkommen hier weiter zu einer PvP Map namens Piratecraft So heißt sie glaube ich Ähm, ja, ihr seht schon wer ihr alles ist Der Chip, die Lina, der Veni, der Kev und der Swinson und ich Und ja, der Veni nimmt auch auf, also Falls wir in gegnerischen Teams sind, könnt ihr euch das dann bei ihm angucken und so Und ja, ich überlasse ihm mal das Wort Jo, also, diese Map Piratecraft ist so ähnlich wie Beast Mode oder Rush Äh, wer das noch nicht kennt, man hat hier auf jeden Fall, es sind zwei Schiffe einfach Team sind aufgeteilt, wir spielen 3 gegen 3 Ja, und auf jedem Schiff ist so ein Lame Spawner, also so Ziegel Dann gibt's hin und wieder Silber und Gold oder irgendwas mit Wertpapier, hat noch wer gesagt Ähm, da kann man sich dann eben in der Mitte Diamantschwetter um das Wertpapier kaufen Und in dem Rest Rüstung, Essen, Blöcke und so weiter Man darf alles abbauen Und die Regeln sind dann nochmal hier Genau, hier lesen wir mal vor, aber Kein Team Kill Kein Team Kill Nee, zu War 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 er jetzt aus der Map bauen Man darf alles abbauen Den Sprachfehler Nicht Shihi Shihi Ten Kein Bet Craften Nicht die Gefä... 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 Gefärbte Gefärbte Rüstung des Gegners Nehe... Ne... 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 Ja... Ähm... Okay, erstens, baue das Gegnerbett ab Zwei tötete darauf jeden Spieler Respawn ist nicht erlaubt 1-2-1 oder mehr Äh, ausgeglichene Teams werden empfohlen Kauft euch Items bei den Villagern Ja, gut Äh, ich würd sagen, drücken wir hier mal zur Teamauswahl, ne? Oh, scheiße, man spawned direkt da drüber Oh... Oh, du bist so... Was? Was ist denn... Lina! Mann! Hä, was... was ist da? Alles der Stunde, Leute Ernsthaft? Ja Ja, ihr müsst mal eben Slash machen, ich regel das Ok Top Vorbereitung Juuu Noch mehr Noch da Äh, 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 äh Du auch Eine Sache noch im Wertpapier, das war... Warte, ich TP jetzt einfach alles Gibt mir Toggle Downfall machen? Gibt's hier WhatsApp? Klar, klar Ne, eigentlich nicht Nö, eigentlich nicht Du bist der Erdebate Ich bin der Ernste Der Ernste bist Okay Kannst du eigentlich ernst gucken mit den Augen? Ja, klar So, jetzt Siehst du nicht meine Augenbrauen? Unter dem Pony Professionär... Ich will in Team Blau Ne, wir machen Randomizer Oh, man Oh, man Also, ich will als erster Teamaus suchen Ich darf trotzdem Scheiße Oh, ich bin... Rot Rot Lass mich bitte raus Warte Danke Jetzt in Ruhe Warte Warte Warum TP ist du dich da rein? Ja, ich bin auf jeden Fall dumm Alles klar Ich will Mach du, mach du Ihr habt Svenzen vergessen Oho, nein Nein Ich will mit Veni, bitte mit Veni, bitte mit Veni Blau Nein Warum bin ich denn mit... Oh, ne, ich hab jetzt schon gewonnen Ja Mann, ich kann auch gehen Du bist nicht mit Kevin Du bist nicht mit Kevin Bitte mit Svenzen oder mit Chip Warum hast du mich dann gefragt, warum ich mit... Obla Ich kann kein Neuer Ey, ich hab deine aufgesammelt Was war's? Blau Oh Oh, Svenzen, das Funville Team, Alter Oh Gott Das kann ja was werden Okay, wir müssen gewinnen für Funville Ne, die haben Veni Wir können schon gar nicht mehr gewinnen Ach, nur Kann ich nur das haben? So, jetzt So, jetzt Ja, das ist jetzt hier weg Da, da Da gibt's Knöpfe Weil ja, noch nicht drücken Noch nicht drücken, oder? Ihr könnt schon noch rein, das ist nur so eine Lobby Da muss man extra noch auf wedding Ah, sind sie, glaube ich, sogar schon Ah, ah Rückzeit-Team-Auswahl Ah, warte Zack und plom, wem nicht mit den Gemort Ja, gut, ich würd nur sagen, ich move uns in einen anderen Channel und dann sehen uns auf dem Schlachtfilm Oh Gott, das kann schon... Hör doch mal auf jetzt! Mann, das wird schon nichts mehr. Ich bin da, ich bin da. Okay, es geht los. Äh, gut, ich schlafe. Hä? Achso, sollen wir jetzt? Hä? Ja, wir müssen schlafen, sonst können wir nicht respawnen. So, Liebbett. So. Äh, mach am besten, bis der Bildschirm so richtig dunkel wird, zur Sicherheit. Oh, wir haben hier Kisten. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Gut. Ich glaub, da werden unsere Dings gespawnt. Äh, oh Gott, wo? Oh, hier ist ein Crafting. Ah, wo? Was? Wo geht was hier? Ich geh einfach mal hier hoch. Ich weiß ja gar nicht, wo... Was ist? Wo ist alles? Ich weiß es nicht. Ah! Ah, okay, 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 okay. Ach, da vorne, da vorne, da vorne, da vorne, da vorne. Krass. Wo sind die Villager? Karma verliert dein Leben. Gibt's hier keine Grace Period? Es gibt auch keine Grace Period. Wir müssen uns erst mal angreifen. Was ist das denn die für China-Stuff? Au, 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 au. Okay, machst du irgendwo eine Liste, was man womit machen kann? Seid ihr? Ja. Ah, guck mal, was es hier gibt. Hm. Uh, hier haben wir Papier. Ähm, ja, ich will erst mal mit den Villager verhandeln. Uh, was wollen die denn? Ah, guck mal, was haben die denn alles? Guck mal, hier haben wir hier Blöcke, Essen, TNT-Feuerzeuge, Tränke, Rüstung und das ist cool. Uh, was braucht der denn für? Oh, ja. Der will eine Menge haben. Svensson, wo bist du? Unbreaking. Äh? Mein Minecraft hat gerade keine Rolle. Unbreaking. Nein. Du bist raus jetzt, ne? Weißt du schon. Oder auch nicht. So, wir dürfen alles abbauen. Wir müssen mit der Rüstung voll gut sparen. Also keine billig Rüstung. Warte mal, ich hab schon einen Goldblock. Nein. So. Kann man jetzt einfach so wieder drauf kommen, oder? Ist hier was drin? Ich guck mal. Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Hier ist nirgendwo was drauf. Wo ist denn hier alles? Pumpkin und Essen. Ey. Was war das denn? Ey, der schießt schon. Der schießt schon. Äh? Nein. Doch. Er hat geschossen. Bögen, Falle, Rüstung, Tränke, Feuerzeug. Wo war's denn? Ey, wo, 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 wo ist die Munition? Wo ist die Munition? Oh Gott. Ich bin völlig überfordert. Ich komm jetzt ab und ins Server! Der Sch melodisch! Wer Rüstung, Bögen, Falle. Warte. Ich hab ja Exel Sporneier, vielleicht? Nö! Wollen wir einen Creeper schießen?! So kommst drauf! Ach man, dafür brauch ich noch nen Blatt. Hä, wie komm ich hier drauf? Alter, ich darf nicht aufs Schiff. Soll ich mal gleich einen Creeper rüberschießen? Ja mach, was du willst. Hauptsache Schaden, los! Ja, ich will jetzt erstmal hier. Oh, das wird witzig. So, da. Äh, da. Und? Oder eine Hexe. Nee, lieber Creeper. Geh kaputt! Geh kaputt! Geh kaputt! Geh kaputt! Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein! Mann! So, Entschuldigung. Was ist das denn hier? Eigentlich. Hä? Hä? Wo sind denn hier Kanonen? Hier hinten. Wo? Hier. Ja, schieß mal ein bisschen. Ja, okay. Äh. Gibt's ne Munition? Wo macht man die denn rein? Hä? Ach da. Oh. Hast du Munition? Hast die beim Villager gekauft? Ein Creeper. Warte. Jetzt wird's witzig. Warte, warte. Gib mir Munition bitte. Oh, das ist ja richtig gefailt. Ja, weil du da keine Munition reingepackt hast. Oh. Hä? Was? Wie? Der Creeper ist jetzt da unten. Wie? Du hast den Creeper geswohnt. WTF? Ich hab das gesagt. Ich bin die Leiter hochgeklettert und... Das ist voll gefährlich. Der schwimmt jetzt da unten. Was machen wir denn jetzt? Schmiert mal mein Clown ab. Ah. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Verdammt nochmal. Mann. Warum hast du dann... Oh. Wir verlieren doch voll. Was ist denn da oben so? Cool. Ich hab Munition. Warum fliegst du? Weil... War mein Clown abgeschrieben. Jetzt schieß ich mal. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Bam. Hab ich getroffen? Nein, egal, egal. Geh nicht die Leiter hoch, dann schmiert er mein Clown. Ich hol mir jetzt erstmal was. 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 So, was hol mir denn hier? Ein paar... Ne... Echse. Ne, warte nur. Ich hol mir jetzt erstmal Rüssi. Lass uns mal... Ich hol mir jetzt erstmal Rüstung. Ich hol mir jetzt erstmal Rüstung. Bin ich schon, Benson? Nein, du kannst Respawn. Doch, it's a ground for hard. Hier, holt euch Rüstung. Für Bronze. Mega billig. Ja, aber es gibt ja bessere für... Ja. Ne? Joa, stimmt. Fünfte Papier. Boah, was ist das denn? Alter, ist das ein krasses Teil. Ja, jetzt kann ich mich wieder beleben. Ich hol mir dann das hier. Man will hier gar nicht weggehen. Ah, stimmt. Es kommt immer wieder mehr. Immer wieder. Oh, da kommt noch ein Goldbarren. Äh... Ich zieh mir mal was an. Zack, zack. Und... Was hol ich denn für ein Schwert? Äh... Schwert, 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 Schwert. Ich brauch Essen. Kann man mit Essen holen? Du hast dir echt ein Spawnei geholt gerade? Ja. Warum? Das ist voll die Verschwendung. Ja, hey, ich hab doch gefragt. Ich kenn mich doch nicht aus hiermit. Mann. Lass mich in Ruhe. Äh... 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 Ich... Gib dir gleich Fleisch. So. Sorry, ich bin der Captain des Schiffes. Äh... Krass. Wie kostet denn den Pfeile? Äh... Was ist das denn? Punch Enchantment Level 25. What the fuck? So, erstmal hol ich mir den Pfeil. Äh... Lass mal so ein bisschen Überschüssiges von unserem Geld. Bevor wir angreifen. Auf jeden Fall hier in die Kiste tun. Äh... Ja, ich hab noch ne Rüssi. Die kannst du anziehen. Die hab ich flüssig gekauft. Ach, ich wollte mir noch ne Axt kauf ich mir noch. Äh... Gibt's noch was günstigeres als für drei Gold? What the fuck? Das ist ja mal mega heftig. Äh... Äxte. Zack, zack. Oh, alter ist das teuer. Alter ist das teuer. Oh Gott. Hat noch jemand zwei Gold? Gönn mir jetzt mal. Hast du noch zwei Gold? Ich hab ein Gold. Ja, gib mal bitte. Oh, ich hab ein Wertpapier unten. Jo, pack das in die Kiste. Ist mega geil, so ein Wertpapier. Da kann man... Da kann man sich so... Äh... So einen Bogen kaufen mit... Enchantment... Mit... Knockback 25 und so. Im Riol-Style, so. Oh, zack. Jetzt haben wir erstmal ne Axt. Jetzt... Ich geh mal ein bisschen Farmen. So ein bisschen hier abbauen, ne? Baust du denn ab? Ja, das Schiff. Man da... Man soll das Schiff abbauen? Ja! Sonst können wir nicht an Rohstoffe spielen. Was ist das für ein Spiel? Also irgendwie... Also irgendwie... Also irgendwie... Nein, nur wenn wir Schaden kriegen. Okay. Oh, ich bin... Irgendwas leckt hier ein bisschen. Ähm... Hey, what the fuck? Unity... Wo kann ich denn hier Rüstung kaufen? Oh... 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 Punch... Flame... I'm well... Alter... Oh... Oh... Und jetzt... Jetzt geht's... Jetzt geht's... Jetzt geht's... Will den kurzen Boden... Ich brauche... Wie viele Gold? Du, du, du... Be, be... Be... Wahnsinn! Verdammt! So... Erstmal hier... Äh... Schön... Die tragenden Stützen abreißen. Hat mir jemand ein Schwert reingeworfen? Ja... Ach so... Ah! Da hat er mal geschossen! Ach du bist... Ich hab geschossen... Schon wieder aus der Kanone? Da hab ich doch schon damals getroffen. Lol, da unten sind ja noch ganz viele Kanonen. Warum benutzen wir die nicht? Ich war noch gar nicht unten. Krass! Das Schiff ist viel zu groß. Was gibt's denn hier noch? Oh, ich muss mir gleich mal was zu essen kaufen. Ey, da ist ein Ofen! Ach, wir haben ne Musik... Wir haben ne Musikdisk. Lol. Krass! Entertainment! Wir haben ne Kuhfarm! Ne Kuh... Was? Wir haben ne Kuhfarm hier unten! Und ein Enchantment Table! Wie krass ist das denn? Hm? Wo ist unser Radio? Da ist unser Radio. Ah, yum, yum, yum. Und was wollen denn jetzt Leute bei Skype? Mach Skype aus! Tröte! So, äh, nicht mehr killen, wir brauchen nämlich Weizen! Weizen! Triol Spam! Macht Werbung! Was Triol Spam? Guck in den... in die Konfi! Nein, ich guck da jetzt nicht rein! Ich bin in der Aufnahme! Mann! Ja, hallo Leute! Moin! Moin! Willkommen! Verräterisches Etwas! Wo ging? Auch unser Schiff brennt ja! Hä? Krass! Nein, nein, nein! Baut es ab! Ah! 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 What the fuck! Unser Schiff brennt! Ah! Ich war allergefallen! Baut alles ab! 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 Verdammte Scheiße! Es brennt! Es brennt! Ich hab nur Werkzeuge! Burn! Burn! Ah! Scheiße! Nicht schon wieder! Kann man sich keine Wasser einmal kaufen? Aua, heiß! Ich weiß es nicht! Burn! 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 Ah! 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 Schiff! Ich hab gespitzhacken! Ich hab gespitzhacken! Alter! Unser Schiff brennt! Du kannst jetzt nicht nach Werkzeugen gucken! mein Gott, Lina! Unser Schiff brennt voll am te Scheiße! Ne axt! Du wirst holz abbauen! Das habe ich schon, man! Unser Schiff- AHH! Es brennt sogar hier oben! Die Scheiße! hä? Isse... 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! oh gott 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 hilf mir doch mal jetzt mein gott ich höre nichts mehr brennen doch da vorne da vorne hilft mir doch jetzt mal noch ich glaube es brennt nichts mehr oder lina du hast mein ganzes zeug eingesammelt gib mal bitte hier welches zeug ja man rüst jemand schwert und so ich bin da ich bin da gestorben ich hab nix eingesammelt so jetzt schieße ich aber mal zurück wir haben keine muni mehr hat noch jemand muni ich hab los damit kann man auch aus einer kanone schießen ja schlöcher ihr seid scheiße aber so mache ich man das regt mich immer noch auf blaue wolle das ist hier eigentlich die habe ich gefunden in der kiste was ist das hier alles hier ist auch erst mal nicht bemerkt haben die rüber geschwommen oder wie kommt man das soll ich das auch mal machen was er kommt mit mit der schwem zeug und man kann man kann wasser kaufen wo ist ein easter habe ich doch geschafft man kann wasser kaufen alle tnt und feuerzeug du kriegst das ist nur tnt ein 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 lever wasser und ist das feuerzeug und keiner scheuern und soll die tnt und lever oder so da reinsteigen ich brauche zeug mann ich blick's nicht ich blick's nicht kann man mit einem lever tnt anzünden weil ich will feuer die haben auch feuer gehabt kriegt man da eigentlich in der mitte alles hm ich hole mir jetzt mit so'n wertpapier mal was irgendwas brennt da weiß er das schwere ich bin hier hinten zu wertpapier haben ich hab drei stück bitte 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 ich hab auch noch ein wertpapier nein habt ihr das gehört ja man wie machen die das wir haben noch nicht eine hatten wir überhaupt schon pack so'n papier mal da rein ne so wo kann sich jetzt hier was holen da kriegt man nur wertschneide ich kann man nicht eintauschen ich gehe mal nach ganz ganz unten ich haue vergewaltigt aus hilfe hilf mir doch ich mach den im wasser abhahn hilfe ahahahah Wo ist denn der? Die sind im Wasser Wir werden geentert, die haben kleine Boote Boah man! Das kann doch jetzt nicht wahr sein! Mein ganzes Zeug, mein ganzes Zeug Ich hole mir mein Zeug wieder Kannst du knicken? Kannst du knicken? Ups Das ist ein bisschen tief hier unten Du bist da ganz unten? Was machst du da? Von der anderen Seite werden wir angegriffen Hä? Warum machen die das? Ey, volles Ablenkungsmanöver Wir sind so schlecht Beschützt mal das Bett Ich geh zu den anderen und klaue dir in das Bett Ach stimmt, das Bett Okay Da kann man eigentlich wieder aufs Schiff drauf Ich glaub drauf bauen Jo Ich werd hier verarscht ey Von nem Putzfahrer Hä? Lass dich ruhig vom Putzfahrer verarschen Äh Wo drin war das Bett? Ey, hör auf! Nein, das schlägt! Warum? Warum jetzt? Oh oh Hä, wo war denn das Bett? Bin ich bescheuert? Oh, hinten Das Bett Mann, auf der Dingens Etage Hier, über Achso Hier Ah Äh Gibst du mir mal ein bisschen was von deinem Zeug? Ich hab nix, ich hab nen Feil Gib mir alles Zieh dich aus Zieh dich aus Ich will dein Zeug haben Ey, das hab ich mir gekauft Du pfff Was macht der da? Was will der? Ey 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 Töt ihn Töt ihn Bleib hier doch nicht stehen Hol ihn dir doch Komm mit Hinterher Los Was? Scheiße Oh, das schaffen wir nicht Ja, jetzt kommen sie noch mit Feilen Oh, das wird nix Oh, ich sterbe Ich schwimm wieder zurück Oh, die haben... Aua Was? Ne, du schwimmst nicht zurück! Was? Hallo, wir sind dann tot! Bist du bescheuert oder was? Boah, du bist doch scheiße! Toll! Ja, ich bin jetzt... Oh, unser Bett ist ja gar nicht weg Okay Du schließt mich noch ab Ich muss mich irgendwo reinbauen Hilf mir Wieso reinbauen? Wir sind auf dem Schiff, man! Frau Elefant Svensson klauen euch immer die ganze Währung Ich brauch auch was Ich hab doch hier nur Kaufst du mir dann Zeug? Oder gib mir einfach dein ganzes Währung Ja, die haben sich hier hinten Da hat er sich hochgebracht Wie so ein Drecks Ups Du hast kein Gold mehr? Wir haben kein Gold mehr! Alter! Dann gib mir noch Russi oder so ab! Ich brauch was! Nicht von dir! Nein! Ja, gut! Wo gibt's denn jetzt Pfeile? Ich will Pfeile haben Ähm... Pfeile... Es gibt nur ein Pfeil immer Ja, aber man hat Infinity Ja, genau Klar Hey, wir haben Wertpapiere Was kriegt man denn dafür so? Boah! Ich! Schwimme! Ach da! Du hast den Creeper eingekauft für drei Wertpapiere vorhin?! Alter! Ich bin jung und unerfahren Boah! Ernsthaft! Hä? Ich hab doch auch noch gefragt! Und ihr meintet Ja! Hauptsache... Ja, woher soll ich das denn wissen?! Wie viel die kostet denn?! Äh... Unser Schiff brennt wieder! Unser Schiff brennt wieder! Nein! Nicht schon wieder! Das kann doch nicht Ernte sein! Ach, mir egal! Inzwischen Ich geh einfach weg! Ich bin im Schiff Ich bin im Schiff Oh, ich sollte das auch wieder zubauen Ich baue mir jetzt erstmal hier ein Boot Ey! Können wir am Arsch krachen! Ja, unser Schiff ist ein bisschen nach Polen offen Das ist weit Boah, das ist weit Ich hab neun... Goldarren mehr Wollt ihr mir auch mal helfen? Ich brenne schon wieder, Alter! Ne, ne, ne! Schaffste schon! Ja, eben Ah, ich sollte auch mal helfen Ach! Das schafft der Silke schon alleine Au! Ja! Brenne! Ich brenne! Mir doch egal! Oh, ich werd abgeschossen! Warum haben die schon so viel? Die cheaten! Ja, glaub ich auch Haha, nein Alter, ich krieg das freundlich! Das Hauptproblem wird einfach nur sein, dass die schon welche haben, die, äh... Ja, dass wir schon gespielt haben Mein Gott, ich kann nichts abbauen, man! Kann mir jemand mal Holz geben? 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 Kauf Wasser! Wie teuer ist Wasser? Weiß ich nicht! Wie teuer ist Wasser? Kauf Wasser? Es gibt ja kein Wasser zu kaufen! Doch! Ich hab's noch! Äh... Feuer! 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 Ein Wertpapier! Ein Wertpapier! Was ist los? So! Zuck, 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 zuck! Hast du die Wertpapiere genommen? Wo sind die Wertpapiere? Ja! Ich hab noch zwei! Eben wurden welche geklaut! Alles, was wir in der Truhe hatten, wurde geklaut! Wir müssen eine andere Truhe schon mal nehmen! Ich... Es gibt ja Wertpapiere! Habe ich reingezahnt! Ähm, ich pack mal in irgendeine andere Truhe, ne? Ähm... So, perfekt! So, jetzt geh... Jetzt belagere ich... Ich belagere sie! Habt ihr noch sechs Goldwaren? Dann können wir uns auch gebogen! Nein! Alter, wieso sechs? Es reichen vier! Dann haben wir überhaupt einen Feuerbogen! Die haben einen Feuerbogen? Ja, deswegen sind die das doch alles an! Ich hab hier zwei drin! Ich pack jetzt hier zwei in die Kiste! Oder nicht? Oh, sorry! War mit Absicht! Achso! Ich hab mich auch nie! Ähm, wollen wir das Wasser da lassen, oder? Äh, gib... Kann mir noch jemand schnell Holz geben? Holz, Holz, Holz! Wow! Einer! Okay! Danke! Kannst du mir noch mehr Holz geben, Lina? Lina, Holz! Ich hab kein Holz! Lina, Holz! Lina, Holz! Okay! Oh, zack, zack! Ich pack mal das rein! Ich geh jetzt! Los, zu Ronibor! Du schaffst das nicht! Doch, doch, doch! Wann hast du Vertrauen? Äh! Wie, hast du noch einen Goldbarren, Sven? Ja, ich hab einen Goldbarren für dich! Darf ich den? Da kann ich uns auch so ein geiles Bogenteil-Gedöns holen! Ich hab aber schon Bogen! Ja, aber ich will, ich will den, wo alle Sachen drauf sind, die man haben kann! Wenn schon, denn schon! Wenn schon, denn schon! Da! Ähm! Na, wild! Aua! Ah! Er hat mich angezündet! Angezündet! Fuck! Fuck! Ich bin noch nicht einmal gestorben, und du? Knick dich ins Knie, du gehst ja auch nicht in die Offensive! Mann! Enderst gleich bei denen? Oh, das wär geil! Ich hoffe! Schieß mal ein bissel ab! Echt? Alter, mit Flammenbogen kannst du nichts zum Brennen bringen! Oh Mann! Das ist doch voll unnötig! Was ist das denn für ein Spiel? Du schießt die ganze Zeit mit deinem Flammenbogen! Gott! Das geht nur mit den Kanonen! Mann! Warum haben wir denn keine Munition und die haben 1000? Ah! Mann! Ich fall hier nur runter! Unser Schiff ist im Arsch! Aber sowas von! So lang's schwimmt, geht noch alles! Super Svenzen, danke, dass du hier alles so schön herrichtest! Und so Tine Wittler, ey! Ich brauch Muni! Ich brauch Muni, verdammte Scheiße! Muni! Dion! Was hast du hier schon wieder gekauft für so viel Gold? Ich hab gar nichts gekauft mit Gold! Du doch nicht! Ich hol mir jetzt Wertpapiere in der Mitte! Warte, der hat... Flame 2, Power 2, Infinity 1... Ja, 2 und 1... Punch 2 und Unbreakers 1! Ich soll grad auf dich schießen, aber... Wollt ihr mir jetzt auch mal helfen hier beim Schiff löschen? Nein! Gut gesagt! Ähm... Ich glaub ich baue hier mal irgendwelches... Holz ab... Hm... Hmhm... Mehr... Boah, das sind voll die Assis! Ich mag die jetzt schon nicht mehr! Jetzt schießt einer mit der Kanone, da brennt gar nichts bei denen! Mehr Wertgutscheine! Los! Was ist denn da hinten alles so? Ach, das Schiff! Ah! Oh Scheiße! Ich komm hier gar nicht mehr aufs Schiff drauf! Doch, da vorne ist... Wollt sein! Hey! Machen wir so ne Wasserleiter! Hilfe! Er kommt! Er kommt! Wo? Er kommt! Er kommt! Wollt sein! Okay! Ich hab zwei Wertgutscheine! Yay! Hey! Werdzone! Cool! Du hast ihn getroffen! Du hast ihn getroffen, Dicker! Au! Hä, was für ein... Alter! Was? Äh... Hör auf! Geh weg! Lina, komm nach unten! Hilf mir! Äh... Wo ist unser Bett? Lina! Lina! Hilf mir! Ganz unten! Hilfe! Hilfe! Der will unser Bett! Hilf mir! Kommt zum Bett! Kommt zum Bett! Kommt zum Bett! Hilf mir unser Bett! Kommt zum Bett! Kommt zum Bett! Du sollst zum Bett kommen! 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 Unser Schiff ist so kaputt, man... Ja! Wir sind tot! Du sollst zum Bett kommen, hab ich gesagt! Mann! Hä, wo ist denn da... Hat er das... Es ist kaputt, Mann! 1-12! Ich dachte, er kann das einsammeln! Ja, er hat's wohl irgendwo ins Meer geworfen! Nein! Ich hab ihn doch abgeschossen! Der war noch unten! Ja, aber er hat's schon vorher weggemacht! Wir haben verloren! Ja, oder du machst jetzt noch was! Wir haben verloren! Was soll ich denn jetzt tun? Alles wegen der Frau! Meine Fresse! Das... Uah! 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 Ich brauch gar nicht mehr spectaten! Uah! Ich brauch gar nicht mehr spectaten! GG, hä? Naja! War ein Vorteil, dass jetzt zwei, die es schon gespielt haben, in einem Team waren! Aber auch... Egal! Unser Schiff war nur noch Schrott! Eddie! Was? Hast du die Hoffnung, haben wir schon beendet? Nein! Ach... Ich hab mich richtig cool mit dem Boot um euch rum gefahren... Das ist mir egal! Verloren! Guck dir mal... Euer Schiff... Guck dir mal unser Schiff an, man! Boom! Guck dir mal meinen Diamantschwert an! Ich hab Katharina mit zwei... Mit drei Schwingen getötet! Guck mal, wo ich mich allein gebaut hab! Ach du Scheiße! Ach du, Kirkje! Ich will auch! Ja, ich hab mein... Äh... Ich hab... Ich hab euer Schiff von uns da auch angezündet! Auf einmal seh ich dich nur da lange rennen! Eddie? Ja? Ich bin hier einmal durchs ganze Schiff gereint im Sneak Modus und hab dich dann ersparen sehen! Oh, ja! Mein Gott, das ist so assi! Man! Boah, ihr seid so kack... Ich mag euch jetzt schon nicht mehr, nee! Wir sind da so... Wir sind da so... Und was hat Lina Bestes zu tun, als... Unsere ersten drei Gutscheine für den Creeper hier rauszuhauen! So, yay! Cool, wir haben einen Creeper! Was macht sie? Steckt ihn in die... Indie ist besser von der Kanone! Und drückt drauf! Und der Creeper fällt ins Meer! Mein Gott! Das war so... Wir waren so toll! Mann! Wie viel Werkbutscheine hattet ihr eigentlich? Äh, wir haben drüben noch circa 10 Stück und ich hab noch 5 im Inventar! Ey, Vini und ich hängen 5 Minuten im Loch fest! Ja, ohne Scheiß! Ich baue da so einen Gang, um unser Dings zu verstecken! Äh, um unsere Kiste zu verstecken! Und auf einmal kommt Chip und fällt auf mich drauf und fällt auf mich drauf und fällt auf mich drauf und dann sind wir eingestört! Vini! Ja gut, ich würd sagen, wir sind Sieger der Herzen, ne? So wie immer! Vini! Denk mal da hin! Zieh dir mal den Boden rein! Knockback 25, ne? Ja, kenn ich! Okay! Na gut! Tschüss! Tschüss! Jurio!